Keine Ahnung was er gemacht hat, wenn er mich jetzt bei Steamfall onschreibt, ne? Das ist ja scheiße. Also viel Glück, ne? Na. Nein. Uhu. Oh. Wird ja lustig. Nur noch 30 Sekunden in dieser Session. 15 in der ersten Kurve rausgeholt. Alien is in trouble. Wieso? Ja, quergekommen ist sonst was. Ah, das finde ich schon eine Sekunde schneller. What the fuck? Ich bin schon zweiter komm schneller. Ja, ich weiß. Ich jetzt auch schon 1,6, 1,7. Problem ist Alien. Oh, Bestzeit, Bestzeit. Ja, gut, ist logisch, ne? Ja, er aktualisiert das irgendwie nicht so mit den anderen, die grad schnell fahren. Ja, Problem ist Alien hat mich jetzt grad richtig auf. Pally kann ich mir reagieren schauen. Pst, pst, pst. Ja. Ja, ich will nur noch 6 da, alles klar. Kontrolle verweilen. Also, Locker ne halbe Sekunde Zeit oder so. Ja, ist so. Das ist nicht schnell genug. und bitte kurz leise alles klar Daniel zweiter wow auch wotterfisch was machst du da jetzt ich will aber starten zu viel alter ich starte in der ersten Startreiber vom letzten Grand Prix was macht der jetzt er soll sich von mir verpasst als er guckte das mal an und ich hätte sie sich hat ich habe noch einen riesen Fehler gemacht all er ist ja auch das ist ein sehr super so ist mein fucking Problem oder ja ja scheiße egal alter ich mache jetzt mal Aufnahmen genau ja 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 ja